Ne, wirklich, ich bin christlich erzogen worden, ich war auch Ministrant. Nein, wurde ich nicht. Nix passiert, nix angepasst, gar nix. Ich war nicht sein Typ. Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Jedenfalls, äh, das ist... Nein, das ist wirklich... Nein, ich meine, unser Gemeindepfarrer, Padde Alois, war ein cooler Typ, war ein cooler Typ. Wir hatten den Käpt'n sehr gemocht. Wir hatten viel gemeinsam, auch er musste, er musste auch, wie ich, sehr oft aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Nicht von seiner Mutter, sondern von der Polizei, nicht wahr?